Ab sofort sind alle jungen Engagierten im Alter von 14 bis 27 Jahren aufgerufen, beim landesweiten Jugendengagementpreis mitzumachen. Freistil Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt zeichnet aktive Schüler, studentische Initiativen, Azubis, Vereine und Einzelpersonen aus, die sich in besonderer Weise gesellschaftlich engagieren. Auf die insgesamt zehn Preisträgerprojekte wartet ein Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro. Unterstützt wird der Engagementpreis von Vertretern aus Politik, Unternehmen und sozialen Organisationen aus Sachsen-Anhalt. Fast jeder zweite der 14 bis 29-Jährigen in Sachsen-Anhalt engagiere sich freiwillig. Das mache Mut, um gesellschaftliche Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ob Fridays for Future, Benefits-Aktion oder Kulturevent gegen Abwanderung, es können konkrete soziale Projekte oder regelmäßiges Engagement von Jugendlichen sein. Bewerbungen sind bis zum 1. März bei Freistil einzureichen. Auch Nominierungen durch Dritte sind möglich. Weitere Infos gibt es unter der eingeblendeten Webadresse.